Hallo, in vorherigen Videos habe ich schon mal gezeigt, wie ich die zweite Online-Leistungskontrolle zu den Grundlagen der Elektrotechnik im Sommersemester 2024 von Hand gelöst hätte. Also mit so ein bisschen Formelskizzen und Formeln umstellen und Schaltungen zeichnen hier in einem Windows-Journal als praktisch elektronisches Notizbuch mit Zahlenrechnung, insbesondere natürlich komplexer Zahlenrechnung wie in Octave. Dafür hätte man auch Matlab oder Python oder Jupyter Notebooks oder sowas nehmen können und da habe ich in ein bisschen mehr als 30 Minuten alle 30 Fragen richtig beantwortet und dann habe ich in zwei anderen Videos auch nochmal gezeigt, wie man das mit ChatGPT hätte lösen können oder wie ChatGPT sich bei der Bearbeitung, bei der Lösung dieser Unterleistungskontrolle schlägt. Das war so mittelmäßig, würde ich sagen, hatte 9 von 30 Punkten richtig und dann habe ich das Ganze in einem anderen Video nochmal mit dem Konkurrenzprodukt von Google ausprobiert mit Gemini. Und das war, wie man hier noch an dem Ergebnis sieht, relativ desaströs. Das hatte nur 3 von 30 Fragen richtig, 10% richtig. Das, was ich jetzt in diesem Video machen möchte, ist, ich möchte das ganz gerne nochmal mit Claude von Anthropic ausprobieren, einem weiteren Large Language Model, was jetzt erst seit einem Monat, einer Monat ungefähr, glaube ich, frei verfügbar ist, Claude 3.5. Bei ChatGPT hatte ich eben ChatGPT 4 in der Bezahlvariante genutzt. In Gemini, die freie Variante, gab es auch ein Gemini Advanced, was auch ungefähr 20 Euro oder Dollar oder so im Monat kostet. Und von Claude steht jetzt hier irgendwo Freeplan. Mal gucken, wie viel ich hier reinpacken kann, bevor mir heute der Zugang gesperrt wird oder ich keinen neuen Tokens mehr habe oder so. Ich klicke auf jeden Fall mal auf neue Vorschau beginnen und dann hat man eben ungefähr 90 Minuten Zeit. So viel brauche ich jetzt, werde ich hoffentlich nicht brauchen. Klick mal auf Versuch beginnen und da kommt auch schon die erste Aufgabe und ich kopiere mal den Aufgabentext und die Fragestellung dazu und dieses Bild, Grafik kopieren, fügt das Bild hier auch ein. Warte, bis das hochgeladen ist und klicke auf Absenden. So, das ist zum Einstieg gleich eine relativ schwierige Aufgabe. Wir haben eine frequenzabhängige Impedanz gegeben, die fällt über der Frequenz um Leitkonstant, also hat hier einen kapazitiven Ohmschen Anteil und die duale Schaltung wäre dann eben eine Parallelschaltung aus einem Leitwert und einer Induktivität. Und hier soll jetzt eben die Admittanz dreimal so groß sein wie die Impedanz der Originalschaltung in jeweiligen Einheiten. Wie groß ist die Induktivität in der dualen Schaltung? So, jetzt gucken wir mal, was hier passiert. Also Impedanzkurve bei niedrigen Impedanzen beginnt die Frequenz ungefähr bei 2, man sieht noch 4, bei 20 Kilo Ohm und hinten hat die 100 Ohm. Typisches Tiefpassverhalten, ja, könnte man so sagen, weiß ich nicht. Also, ja, also das Tiefpassverhalten würde ich jetzt vielleicht gar nicht so unterschreiben. So, und jetzt steht hier so ein bisschen was. Also, tja, jetzt rechnet das hier eine Induktivität in der Originalschaltung aus, aber die Originalschaltung hat aber überhaupt gar keine Induktivität. In der dualen Schaltung war das so eine Kapazität. Und jetzt muss die Kapazität dreimal so groß sein und die, also das erscheint mir auch sehr vage und sehr suspekt, was hier passiert. Ich kopiere mal die Antwort. Größenordnungsmäßig ist die sicherlich nicht verkehrt, aber richtig ist die mit Sicherheit auch nicht. So, mal gucken wir mal, also da kommt was viel, viel, viel Kleineres raus, aber okay, passt so halb, aber ist auf jeden Fall falsch. Okay, nächste Frage. Hier muss ich jetzt mal einen neuen Prompt aufmachen. Wie kriege ich das? Start a new chat. So, die folgende Zusammenschaltung wird von einem Wechselstrom gespeist. Und wir haben hier einen Widerstand und eine Induktivität gefragt, ist nach dem Effektivwert der Spannung. Und auch dieses Bild hier habe ich absichtlich so gestaltet und designt, dass es wie eine Reihenschaltung aussieht. Es sich aber tatsächlich um eine Parallelschaltung handelt, was man eigentlich hier relativ schnell und offensichtlich an den zwei Knotenpunkten für eine Aufteilung des Stromes erkennt. So, wir schauen mal. Also, wir berechnen die Kreisfrequenz. Das ist schon mal nicht verkehrt. Die Impedanz der Spule ist auch nicht verkehrt. Die Gesamtimpedanz ist leider falsch, weil das wäre die Formel für die Reihenschaltung und nicht für die Parallelschaltung. Und dann kann man eine Spannung ausrechnen. Aber die ist dann leider falsch. Die sollte viel kleiner sein, weil die Impedanz von der Parallelschaltung viel kleiner ist. Aus dem Punkt muss ich noch ein Komma machen. Das ist nicht richtig. Richtig. Also, meine Schaltung hat die Variante, die Schaltung zu zeichnen, hat das LLM, weil eben diese Form der Schaltung selten im Trainingsmaterial vorkommt, nachdrücklich verwirrt. Ähnliche Verwirrung wollte ich mit diesem Schaltbild hier stiften. Hier habe ich eine, ja, hier steht auch nur Widerstand Kondensator Spule, bilden eine Schaltung mit resonantem Verhalten. Wenn man hier scharf drauf schaut, R, L und C sind hier in der Mitte verbunden und sind außen alle miteinander verbunden. Und das heißt, das ist einfach ein Parallelschwingkreis aus Sicht dieser beiden Klemmen A und B. Und dafür brauche ich erstmal einen neuen Chat. Und übernehme den Text und übernehme auch die Fragestellung. Und das passende Bildchen dazu. Und frage jetzt, wie groß ist die absolute Bandbreite dieser Schaltung? Und mal schauen, was so schön ist passiert. Also es antwortet auch auf Englisch und sagt, das ist so parallel RSC-Circuit, das ist gar nicht so schlecht. Also es ist jetzt, kann natürlich auch Glück sein, ne, aber Chachipide, Claude haben beide, ähm, und Gemini haben beide gesagt, das ist ein reines Schwingkreis. Und deshalb ist die absolute Bandbreite, aber das erscheint mir unwahrscheinlich hoch. Eins durch R, C. Ja, R ist 6. Also hier, das hat einfach hier das Kilo verbastelt. Oder hier an der Stelle. Also das ist auch einfach hier alles keine Gleichung, ne. Also R ist Dings, ist gleich C, ist gleich irgendwas. Achso, hier hinterher geht's weiter. Nee, C ist, also hier fehlt sozusagen ein Komma zwischendurch. So, jetzt setzen wir das da ein. Keine Ahnung, wo hier der Rechenfehler ist, aber das erscheint mir viel, viel, viel zu viel. Obwohl, nee, warte mal, wenn das, ist das jetzt ein Komma? Ist das ein Tausender-Trendzeichen? Das ist ja, das ist total verwirrend hier, ne. Also hier sind das 17,5 mal 10 hoch 3, das sollen wirklich 17.500 sein. Also ich muss das Komma wegmachen. Das sollen 17.500 sein, das sind 17,5. Hm. B-Omega. 17,5 mal 10 hoch 3. Jetzt habe ich mir hier praktisch sozusagen fast die richtige Antwort geklaut. Aber, also hier steht 17,5 mal 10 hoch 3. Das sind 17.000 und das Komma hier soll garantiert ein 1.000-Separator sein. Also die richtige Antwort ist 17,5. Ich vermute, dass es hier irgendwo sich ein paar Zehnerpotenzen, sich bei der Rechnung um ein paar Zehnerpotenzen vertan hat. Und deshalb den guten alten Physikerin-Spruch, den ich schon gerade in einem vorherigen Video gesagt habe. Die Anzahl der Fehler muss immer gerade sein, damit mehrere Fehler sich gegenseitig aufheben können. Dieses Prinzip hat Claude hier erfolgreich genutzt. Es geht weiter mit der nächsten Frage. Hier geht es um Mittelwert und Effektivwert. Der Mittelwert dieser Spannung, da sich diese beiden gleichen Flächen und diese beiden Flächen gegenseitig aufheben, sollte 0 sein. Mal sehen, was Claude dazu sagt. Und es sagt, die Periode der Funktion ist t. Wir müssen das Integral über der Funktion über eine volle Periode berechnen durch t teilen. Und dann sagt es, das ist eine positive, negative, positive und negative Sinuskurve. Das kann man jetzt so, also ich würde ja auch sagen, dass die hier negativ ist und die positiv ist. Aber ich weiß schon, was damit gemeint ist. Es ist eine negierte und negierte Sinuskurve. Und die heben sich alle auf. Wir müssen nur den positiven Teil. Tja, also daraus wäre ich nicht schlau. Es sagt auf jeden Fall 32, irgendwas. Es sagt, die heben sich auf, aber trotzdem müssen wir über den positiven Teil integrieren. Das ist nicht sinnvoll. Das macht keinen Sinn, wie man sagen würde. Da sollte 0 rauskommen. Hier wird ein Wert ausgerechnet. Das stimmt nicht. So, gleiche Fragestellung, gleicher Prompt. Wo kann ich hier weitermachen? Reply to Claude. So, wie groß ist der Effektivwert? Also, zum den Effektivwert zu berechnen, gehen wir mir folgt vor. Wir müssen jetzt sowas wie einen quadratischen Mittelwert ausrechnen. Und jetzt werden hier so ein paar Formeln hingeschrieben. Und dann kommen am Ende der Spitzenwert durch Wurzel 2 raus. 82,73. Ich glaube, das ist was, was Gemini auch richtig hatte. Gemini und was Chichipiti auch richtig hatte. Das könnte, sollte, dürfte, müsste stimmen. Stimmt auch. Also, der erste Punkt nach fünf Fragen, erster Punkt für Claude in diesem Test. So, dann sind wir wieder bei der Aufgabe. Das war der Dual Circuit Impedance und so. Und hier ist jetzt gefragt, wie groß ist die in der Schaltung enthaltene Induktivität? Und wenn keine Induktivität vorhanden ist, dann sollen wir bitte 0 angeben. Da jetzt Claude uns vorher schon eine Induktivität ausgerechnet hat. Ich, ja, er sagt jetzt in der, in der Dualen Schaltung enthaltene Induktivität beträgt 0 Millie. Henry, vorher hat es uns ja, die Induktivität in der Dualen Schaltung beträgt 0,5. Also, ich, ich kopiere jetzt mal die 0. Die ist, die ist auch richtig an der Stelle. Ja, weil da ist keine Induktivität drin. Induktivität würde ja als Impedanz J Omega L haben. Und J Omega L müsste irgendwie ansteigen mit der Frequenz. Das passiert hier nicht als Impedanz. Das ist richtig. Also, das ist so ein Glückspunkt. Das ist vielleicht der, der Punkt, den es vorhin verloren hat. Bei der 17.500 versus 17,5 Frage-Antwort. So, jetzt muss ich mal gucken. Bandwidth, Average Voltage across Resistor. Dual Circuit Impedance. Ich glaube, die hatte ich in RC-Circuit. Was war denn das für eine Aufgabe? In RC-Circuit. Calculating Voltage Drop in RC-Circuit. Das ist eine Schaltung mit R und L. Also, das ist auch eine putzige Bezeichnung hier. Aber gut. Ich starte meinen neuen Chat, denn diese Schaltung hatten wir noch nicht. Und kopiere den Aufgabentext, kopiere den Fragentext und kopiere auch die Grafik hier rein. Auch das ist eine unkonventionell gezeichnete Parallelschaltung von R und L, die ich extra so gezeichnet habe, um das Sprachmodell nachhaltig zu verwirren. Mal gucken, ob es mir gelungen ist. Also, was ist gefragt? Leistungsfaktor der Schaltung. Es sagt, wir können eine Kreisfrequenz ausrechnen, wir können XL ausrechnen. Dann wählt es die falsche Formel, nämlich die für die Reihenschaltung. In der Mitte fehlen auch die Einheiten. Rechnet einen Phasenwinkel aus und daraus ein Cosinus Phi. Größenordnungsmäßig könnte das stimmen. Tatsächlich ist das, denke ich, falsch. Da kommt was anderes raus. Daja, also das hilft hier nicht so wirklich. So, dann sind wir wieder bei dieser Impedanzaufgabe. Das war diese hier. Und ich frage weiter, wie groß ist der Scheinwiderstand als Betrag der komplexen Impedanz bei 3 Hertz? So, jetzt müssen wir gucken. 3 Hertz, hier sind 1 Hertz, 2 Hertz, 3 Hertz. Abgelesen aus dem Diagramm sollten das ungefähr, hier sind 1 Kilo Ohm, 2 Kilo Ohm, 3 Kilo Ohm, 4 Kilo Ohm, 5 Kilo Ohm. Bisschen mehr als 5 Kilo Ohm. So, oh ja, es sagt zwischen 5.000 und 10.000 und schätzt mal 7.000. Das ist nicht total aus der Welt, würde ich sagen. Das könnte ja auch noch richtig sein. Naja, ist ein bisschen außerhalb meiner Schätztoleranz, die ich hier eingestellt habe, weil man erkennt, also hier sind 5.000, hier sind 6.000, hier oben wären es 7.000. Also, ich glaube, ich habe hier 20% oder 25% oder sowas eingestellt, das ist dann doch ein bisschen außerhalb dieser Toleranzschwelle. Aber wahrscheinlich knapp. Also, das ist nicht allzu falsch. Das ist so, wir behalten mal wieder so einen halben Zusatzgnadenpunkt für Klot im Hinterkopf. Aber es hat schon mal zwei richtig. Das ist schon mal, es ist, glaube ich, nicht ganz so stark wie ChatGPT in dem Fall, aber auch nicht ganz so desaströs und doof wie Gemini. Es geht weiter mit einer Frage zu dieser vorherigen Schaltung hier, zu dieser, die war das, glaube ich. Wie groß ist die in der Schaltung umgesetzte Wirkleistung? So, und jetzt ist das passiert, was ich auch irgendwie erwartet hätte. You are out of free messages until 7 p.m. Und natürlich habe ich keine Lust, hier so lange zu warten und werde diesen Test damit an der Stelle abbrechen. Ich kann ja mal kurz klicken, was passieren würde, wenn man Subscribe to Pro macht. Auch das kostet irgendwie 18 Euro pro Monat. Man müsste jetzt hier, wie so üblich, die Kreditkarte zücken. Da kommt noch ein bisschen Mehrwertsteuer drauf und dann ist man auch da irgendwie so bei 21 Euro im Monat. Tja, weiß ich nicht. Also in Anbetracht der Lage dessen, dass ich schon eine ChatGPT Pro Lizenz habe, die ich eigentlich nicht so wirklich benutze. Und bei Gemini, also das Gleiche, das kostet Klot eben auch. Das ist so wahrscheinlich der Marktpreis, der sich jetzt so langsam etabliert und durchgesetzt hat für die professionelle Nutzung eines Large Language Models. Was ich ja interessant finde, also vorhin hat mir ChatGPT das GPT-4 auch kurzzeitig abgeschaltet und gesagt hier, du hast jetzt mal mir eine ganze Menge Fragen gestellt. Jetzt ist mal wieder Ruhe. Ich will auch gar nicht wissen, in was für Rechenzentren der Welt ich gerade schon wieder für Rechenlast verursacht habe mit meinen paar Anfragen hier nach elektrotechnischen Aufgaben. Also ich halte mal fest, Klot ist an sich vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man das jetzt mal extrapoliert. Also wir haben jetzt mal von zehn Fragen zwei richtig. Vielleicht würde das am Ende auch so was wie sechs richtige Fragen kommen. Liegt dann vielleicht irgendwo zwischen ChatGPT und Gemini. Aber als Student, als Studentin zumindest mit einer kostenlosen Variante kommt man hier für so eine Online-Leistungskontrolle nicht sehr weit, weil dann einem sehr schnell die Verbindung gekappt wird. Und ja, wie schon in den vorherigen Videos angesprochen, bei der Bezahlvariante, bei den Bezahlvarianten, da tut sich natürlich so ein kleiner Digital Divide, will ich mal sagen, auf. Die Frage ist, wer kann und will sich das zumindest aus studentischen Gesichtspunkten leisten, eine solche Lizenz hier zu kaufen, dafür, dass die dann ja perspektivisch zumindest, wenn so ein Test ein bisschen so designt ist, dass jetzt eben schwer Google und auch schwer ChatGPTbar ist, dass das dann eben auch nur bedingt hilfreich ist. Also Claude landet hier von den drei großen Sprachmodellen irgendwo so im Mittelfeld.